Guten Tag, ohne Klaus starten wir heute von Assisi, das System und ich ist natürlich schon wieder ein bisschen später geworden heute. Bis zum nächsten Mal. So, kurzer Vlog durch mein Apartment von heute, der Wind pfeift zum Glück durch die Wohnung. Keine anderen Bilder hier im Wohnzimmer. Und schon noch, dann verlassen wir Trevi auf einer ganz netten Straße. Schauen wir mal, was der Tag bringt heute. So, Bonne Sera, nach so einem Anstieg, nach der Mittagspause und einer kleinen Schlaffel im Park, wird das System warm. Gehen wir es langsam an, wir trinken. Tschau. Die Gasse, die Stadt, die Ebene, die dahinterliegenden Berge und der bevorstehende Weg. Die Grandiose. Da jetzt drüber zu gehen ist ja fast der Ehre. Und das habe ich aber hier schon ametz File. Weißt une Weißt du Bild Wie Weißt du Wie Wir Unsere nó Nest wird Ja ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 an die Barbaroma Hi, ich bin Nummer 8 gestartet, die ersten 8 Kilometer bis jetzt sind gut gegangen. Ich hoffe, dass es so weiter geht. Tschau Leute. Räti am Sonntagnachmittag, mehr wie verschlafen in Städtchen. Montelibretto wartet schon. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Jetzt prima gewaschen, hart gewaschen und rassiert. Schaut die Welt schon wieder anders aus. Einmarsch nach Montelibretto. Ja. Ja. Jetzt kannst du es glaube ich wirklich machen. Macht aber eh schon wieder auf, wie man sieht. Zuerst bin ich gerade mitten voll im Gewitter gelandet. Ja. 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 Sofern, jetzt bist du nicht mehr weit. Jetzt fahren wir gleich. Sofern. Sofern. Incredibile. Arrivato. Sofern. 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 Sofern.